Zwei Tomate Also wir haben noch ein Thema, das ist das Abschlussthema. Da wolltest du irgendwas erzählen zu irgendeinem Dieb? Ah, ja, ich war gerade eben einkaufen. Einfach mal so. Einfach einkaufen. Habe ich noch nie gemacht. Jetzt kommt mein Mario-Bart-Moment raus. Ich habe gerade Senna vorbereitet. Einkaufen. Kennt er? Kennt er? Gehst du in den Laden rein? Einfach gerade. Gerade in den Laden. So, Sack, Kabel auf den Boden. Sägt nicht. Sägt nicht. Menschen da. Dickdünn. Frauen, Männer. Hä? Frauen aber auch. Kaufen oft ein, wa? Hä? Du da. Kaufst auch oft ein, ne? Was ist das? Gucci? Aldi? Das Gleiche, wa? Ist ne Tasche. So. Nach wie vor, ich raff immer noch nicht, warum der so viele Flugzeuge auf seinen Comedybühnen hat. So viele Flugzeuge immer. Immer ganze Flugzeuge. Naja. Nichtsdestotrotz, ich bin in unseren lokalen Supermarkt hier irgendwie gegangen. Einen der 100, die hier sind. Und dann, bevor ich reingegangen bin, kam so sehr leger einfach so ein Dude angefahren auf dem Fahrrad. Und blieb dann so genau vor dem Eingang stehen. Einfach so ein Fahrrad und hat dann so, kluck, so in aller Ruhe seinen Ständer ausgefahren. Danach hat er das Fahrrad hingestellt. Pimmel! Und dann ist er reingegangen, also hat er die Tür aufgemacht, diese Schiebetür ist dann reingegangen. Und in dem Supermarkt ist es so, dass im Eingangsbereich irgendwie sind da keine diese Wuh-Wuh-Wuh-Warmblinkdinger. Aber es ist glaube ich in keinem Supermarkt, to be honest, ne? Doch, in manchen ist das. Ja, bei in manchen, nicht in allen. Bei Penny, bei mir, damals war eins. Ja, genau, so Aldi, Penny und sowas. Gibt auch andere Marken, Aral, selbst Aral hat solche Dinger. Naja, aber da ist keiner und im Eingangsbereich ist so ein Getränkemarkt, wie so, da ist so Wasser, ein bisschen sehr zuckerhaltige Limos und, ach witzig, Bezug genommen hat er. Zwiebelnig Zucker. Und dann ist der Typ einfach da reingegangen und ging so nach links und da waren so zwei Wasserkästen. Einfach so, also ganz viele Wasserkästen. Auf den zwei Wasserkästen lagen noch so Flaschen drauf, also Geroldsteiner, so Plastikflaschen, PET-Dinger und nahm die so runter und stellte die so hin, hat so Kapuze auf, war so voll eingetüttelt und nahm sich dann so zwei Kästen und ging halt durch die Tür und hat es auf sein Fahrrad gestellt und machte das dann so fest. So, und dann waren halt so zwei Leute mit mir da, die dann so geguckt haben und waren so, was, ähm, was, äh, was denn? Und dann war ich nochmal in meinem Kopf und war so, oh, Corona, Zivilcourage, das ist jetzt so ein bisschen, das muss Hand in Hand gehen, du. Und dann haben wir uns alle angeguckt unter den Masken nur mit den Augen, so alle drei Leute, die da standen und waren so, ne. Und dann bin ich halt reingegangen und hab irgendwie nichts gemacht und irgendwie find ich das scheiße jetzt im Nachhinein. Moment. Moment. Weil ich wusste jetzt nicht, was abgeht, aber der hat das in aller Seelen Ruhe, da vorne standen auch Mitarbeiter und so und der ist einfach da reingegangen, so und die Mitarbeiter haben selbst so, ne, 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 einfach Wasserflasche genommen, weil das ist so vor dem Markt, das ist so eine ganz komische Aufteilung, da ist so ein Backautomat, da stehen Getränke und dann gehst du, also du gehst erst durch so einen schmalen Gang in den Markt selber rein, da ist auch erst die Kasse. Also die Kasse sieht das gar nicht. Das tschüssig bei dem auch. Ja, ja, genau, genau, genau. Und die Kasse sieht das gar nicht und ich war auch immer so, hä, also das macht gar keinen Sinn, also da ist nicht mal eine Kamera oder so. Der ist da einfach reingegangen, hat sich die Dinger geklaut und hat in Seelenruhe vor dem Eingang die Dinger festgeschnallt auf seinem Fahrrad und ist dann weggefahren. So und dann bin ich, als ich rausgegangen bin, dann nochmal dahin und hab so geguckt, ich so, ist das irgendwie so Wasser, das bald schlecht wird, aber ich dumm bin einfach nur, was man irgendwie mitnehmen kann oder so, keine Ahnung, weil ich mir dachte so, vielleicht hab ich hier was verpasst oder so, weißt du. Nee, der hat das einfach geklaut. So, ich fand das ganz komisch, weil, was sagst du dann zum Mitarbeiter, dann war so, hier stand gerade übrigens neben so einem Typ, der in Seelenruhe zwei komplette PET-Kästen Wasser geklaut hat, äh, nur zur Info, ich bin Arschloch, schönen Tag noch, keine Ahnung, was sag ich denn dann zu so einem Mitarbeiterinnen da? Ja, warte, aber ganz kurz, also weil du gerade das Wort Zivilcourage gesagt hast, ich finde, da gibt's ganz große Unterschiede, Riesenunterschiede zwischen, irgendwer wird zum Beispiel angegangen oder sowas, es wird jemand angegriffen, körperlich angegangen, jemand der schwächelt bla bla bla. Da finde ich, Zivilcourage ist angebracht und wichtig, innerhalb deines Bereichs, wo du was anbieten kannst. wenn jemand irgendwo in einem Konzern 0,0,000 Prozent Satz klaut wie zwei Wasser, dann... Zwei Kästen Wasser. Oh, Entschuldigung. Dann kannst du das melden, dann kannst du es kurz sagen. Aber ich würde niemals mich da einmischen, weil der zieht dann ein Messer, da hast du wegen der Wasserflasche für den Konzern, hast dich jetzt zivilcouragiert. Aber du hast auch eine coole Narbe. In deinem Sarg. Hä? Vielleicht überlebst du ja auch. Vielleicht bist du gestorben, vielleicht bist du nicht gestorben. Nee, aber ich finde das, gerade das Wort Zivilcourage finde ich wichtig, dass man da diese Grenze setzt und dass man sagt, okay, es gibt dieses eine... Aber ist das nicht so bei großen Konzernen gerade... Dass man ihnen helfen muss, weil die echt langsam... Nee, 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 nee. Gerade weil die so einzelne Niederlassungen haben, dass das dann auch von Konzernebene an diesen Mitarbeitern ausgetragen wird und gar nicht mal weit hoch wandert, sondern dass die dann irgendwelche Abzüge kriegen, wenn da klaut wird. Und die haben ja am wenigsten damit zu tun dann. Also du schadest ja dann nicht mal, auch wenn ich heute meinen sehr linksradikalen Tag habe, hab ich ja nicht mal mit dem großen, bösen Unternehmen geschadet, sondern den Leuten, die da drin waren. Deswegen war ich so angepisst dann selber. Aber ich hatte genau das selber wie bei dir im Kopf. Ich war so, heute will ich jetzt nicht sterben wegen zwei. Nee, ich bleib dabei. Also dann müssen die das regeln. Das ist ein Wirtschaftsschaden. Ich fand das auch ganz komisch, dieser Moment, wie ich dann mit den Leuten da stand, weil ich hab dann so ein Körbchen genommen und dann bin ich so rumgegangen und dann stand ich da so und dann war so eine etwas ältere Frau und so ein junger Typ noch da. Und wir haben uns wirklich so alle drei angeguckt, weil der halt in Seelenruhe einfach da reingegangen ist und dann so das dann so draufgestellt hat und dann wieder reinkam und das noch mal da gemacht hat. Und wir waren so Es ist lustig. Es ist lustig. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich tätowiert gewesen wäre, hätte das anders ausgesehen. Wir gehen jetzt schon raus, aber während, ich meine theoretisch, oder wolltest du jetzt noch was, willst du noch einen abschließenden Wort sagen? Nee, aber doch, ja, ich glaube, ich möchte da noch allen Leuten, weil mir ist heute was wirklich Schlimmes passiert, ja dadurch mit auf den Weg geben. Falls euch, falls euch so eine Situation passiert, haut den Leuten auf die Fresse. Tu das nicht. Jetzt, das war mein Zivilcourage. Nein, aber sprecht die mal lieb drauf an und wenn sie weglaufen, lauft hinterher und haut den dann auf die Fresse. Sprecht's nicht drauf. Nein, nein, nicht drauf ansprechen. Einfach nur zugucken und niemandem helfen, damit die armen Mitarbeiter, die die ganze Zeit schon im scheiß Supermarkt arbeiten müssen. Dann sollten die nicht die Scheiße da hinter, hinter die Tür stellen. Haut den auf die Fresse. So. Das ist mein, das ist mein Schlussmantrag. Na, mach das natürlich nicht. Keine körperliche Gewalt. Immer reden, dann körperliche Gewalt.